Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Buch für euch mitgebracht mit dem Titel Wege aus der lauten Stille des Schweigens. Wir sprechen heute darüber, was mit Menschen passiert, wenn man mit dem Trauma der Krebsdiagnose und der daraus resultierenden Entscheidungs- und Veränderungsprozesse konfrontiert wird. Bei mir zu Gast ist heute die Buchautorin Christel Schön. Ich wünsche euch viel Spaß im Interview. Hallo Christel, schön, dass du hier bist in Dresden. Ich begrüße dich recht herzlich bei Welt der Gesundheit. Du hast uns ein Buch mitgebracht und wir sprechen heute darüber, was mit Menschen passiert, wenn man mit dem Trauma der Krebsdiagnose und den daraus resultierenden Entscheidungen und auch Veränderungsprozessen konfrontiert wird. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Krebs Wege aus der lauten Stille des Schweigens. Das zweite von insgesamt drei Büchern. Vielleicht erstmal vorneweg, wie kam es dazu und was hat das Buch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun? Ja, erstmal freue ich mich, dass sie hier heute da sein kann und über dieses wichtige Thema rund um Krebs sprechen kann. Wie kam ich zu diesem zweiten Buch? Das ist das zweite Buch aus der Serie. Ich bin 2008 an einem Rippenfeldtumor erkrankt und da war es für mich zu schwierig, von einer Person ein ganzes Buch zu lesen und habe mir dann gedacht, wenn ich den roten Faden einer Genesungsgeschichte sehen und lesen kann, dann kriege ich da genug Inspiration und Ideen, was ich selber für mich tun kann. und habe dann so im Laufe meines Genesungsweges, sage ich jetzt mal, immer mehr die Idee verfeinert und auch gesehen, dass ich da schon Mitschreiter finde, die über ihren positiven Umgang mit der Krebserkrankung mitschreiben würden und dass innerhalb einer Kurzgeschichte oder eines Gedichtes wirklich so ein roter Faden an Maßnahmen, an Einstellung, an Haltung so sichtbar wird und das dann zusammenfassend in einem Buch für andere Krebspatienten, die noch am Weg stehen und nach der Diagnose einen riesen Berg vor sich sehen, um einfach zu erfahren, ich kann ganz viel selber machen und ich muss mich nicht ohnmächtig fühlen und Opfer sein, sondern ich muss nur wissen. Und da ist einfach Wissen auch Macht und das ist gebündelt in dem ersten Buch, wo nur Krebspatienten schreiben und hier im zweiten Buch schreiben halt Angehörige ihre Geschichte, wie sie den Partner erlebt haben und der Partner schreibt gleichzeitig seine Geschichte, wie er den gesunden Partner erlebt hat. Das ist ein Kapitel, das zweite Kapitel, da schreiben nur Angehörige mit Sicht auf den Kranken und im dritten Kapitel Krebskranke mit Sicht auf ihre Angehörigen. Wie war denn der Moment für dich, als du erfahren hast und der Arzt gesagt hat, sie haben Krebs? Was ist in dem Moment in dir vorgegangen? In dem Moment, also das sagt kein Arzt so direkt, sie haben Krebs, sondern ich hatte ein Jahr lang unterm rechten Schulterblatt Schmerzen und bin dann auch Physiotherapie und alles mögliche wurde gemacht. Es wurde nicht besser und dann hat meine Hausärztin mich zum Röntgen geschickt. Beim Röntgen wurde sofort ein CT hinterher geschoben und da habe ich mir schon gedacht, oh da ist was. Und das CT kam dann, der Radiologe kam mit dem CT zu mir und sagte also, er sagt nichts dazu, er mit der Hausärztin telefoniert. Ich soll sofort zur Hausärztin gehen. Das war in Berlin etwa drei Kilometer auseinander und dann habe ich gedacht, da fährst du jetzt nicht mit den Öffentlichen, da läufst du, weil da kommt was auf dich zu. Also ich war schon richtig gut gewarnt. Und wie ich dann in die Praxis reinkomme, alle, Frau, schön, wo bleiben Sie? Sofort ins Besprechungszimmer, die Röntgenbilder hingehängt, das CT-Bilder hingehängt. Und dann hat man gesehen, rechter Lungenflügel, man sah nur noch oben den Rand und unten die Spitze. Also man hat einfach wirklich ein massives Teil da gesehen. Und die Hausärztin hat mich dann sofort nach Heckeshorn geschickt. Das ist eine Lungenfachklinik innerhalb des, eben wie von Bering Klinikums. Da wurde ich dann 14 Tage auf den Kopf gestellt. Also ich habe einfach gewusst, da ist so etwas Großes, das ist sehr lange da gewachsen und das ist nicht so schnell wegzukriegen. Also ich wusste noch nicht, gutartig, bösartig, keine Ahnung. 14 Tage auf den Kopf gestellt, es war nichts anderes sichtbar. Und dann haben sie schon langsam gesagt, ja, Biopsie und Biopsie wurde dann auch gemacht, aber nicht wirklich. Ist es gutartig, ist es bösartig und ist sowieso zu groß. Wir können überhaupt nicht operieren in so einem sensiblen Gebiet. Also wir müssen warten. Und dann haben sich die Thoraxchirurgie und Onkologie zusammengesetzt in so einer Tumorkonferenz, wie das immer so gesagt wird. Und haben dann versucht, mich operabel zu kriegen, erst mal mit Chemo, dass sich der Tumor verkleinert, weil der einfach zu groß war zum Operieren. Ja, also das hieß immer noch Tumor, aber nicht Krebs. Und das fand ich auch gut, weil ich selber dieses Wort Krebs, das war schon so negativ behaftet, dass ich das selber auch für mich nicht. Es ist ein Tumor und das und das passiert jetzt. Und Krebs ist ja dann auch, wenn es bösartig ist, oder? Ja, egal. Das wussten Sie in dem Moment noch nicht. Nee, nee, das wusste noch keiner. Und für mich war es gut. Ich habe einfach gewusst, ein Riesentumor, man kann ihn nicht operieren. Ob er überhaupt operabel wird, das war dann auch noch die Frage, ob man das überhaupt so verkleinern kann. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mich schlau und habe mich mit allem, was ich so kriegen konnte, beschäftigt mit TCM, also traditionelle chinesische Medizin, Hildegard von Bing Medizin, Ayurveda und Naturheilkunde, Homöopathie und was ich nur so erwischen konnte. Und habe dann einfach auch gesehen, es gibt doch einiges, was man machen kann. Schulmedizin muss ich jetzt schauen, Schulmedizin, Chemo, was das mit mir macht. Also es ging mir nach der ersten Chemo so lala. Zweite Chemo war dann richtig übel. Und bei der ersten Chemo hatte sich ein bisschen was verkleinert, bei der zweiten gar nicht, bei der dritten wieder ein bisschen. Dann haben sie gesagt, es ist immer noch nicht genug, um operieren zu können. Dann die vierte Chemo wurde mit Strahlentherapie gleichzeitig. Und da ist dann was passiert. Also dann wurde es so klein oder so viel kleiner, dass dann die Chirurgen gesagt haben, sie operieren jetzt. Und das war aber nach einem halben Jahr. Und ein Chemo-Block war immer drei Tage Krankenhaus bis zum 21. Tag zu Hause, drei Tage Krankenhaus, 21. Tag zu Hause. Und dann Mitte Juni, das Ganze war im Februar, fing das an, Mitte Juni haben sie dann gesagt, ja, nochmal Restaging nennt sich das dann, nochmal alles Röntgen, alles MRT, alles CT, um zu gucken, wo nochmal wieder was entstanden sein könnte. War aber nicht. Und dann haben sie gesagt, sie operieren. Und der Chefarzt hat dann auch ein Team zusammengestellt, was dann auch in der Lage war, diese schwierige Operation zu vollziehen. Und sie waren dann hinterher alle glücklich, dass sie wirklich operieren konnten. Aber das war dann schon so eine heftige OP. Da war ich dann wirklich, ich habe zwei Jahre gebraucht, um von den Schmerzmitteln runterzukommen, weil einfach das Riepenpferd rechts komplett weggenommen worden ist. Und, ja, also an Arbeit und so war überhaupt nicht mehr zu denken. Das war, ging nicht. Ich war viel zu viel zu tagesformabhängig und, also Schmerzen, ja. Aber ich habe für mich immer gedacht, okay, du hast doch die Idee mit dem Buch und das schaust du jetzt einfach mal so, wie es dir geht. Genau, du hast ja dann einen dritten Teil geschrieben, wo es eben um, ich sag mal, ganzheitliche alternative Heilmethoden gibt, abseits der Chemotherapie. Okay, nun sprechen wir aber heute in unserem heutigen Interview eigentlich gar nicht über dich oder über die Krebspatienten, sondern tatsächlich mehr über die Verwandten, Familie, Ehepartner. Wir werden in einem weiteren Interview dann noch auf die hämopathischen Behandlungen eingehen. Aber wie ging es denn erstmal für dich weiter? Also wie bist du damit umgegangen und welche Rolle hat eben gerade deine Familie beziehungsweise eben auch dein Ehepartner in dem Moment, kurz nachdem du das erfahren hast, was hat der für eine Rolle für dich gespielt oder wie ging es ihm auch dabei? Also ich glaube, er war erstmal verhalten, er konnte es überhaupt nicht fassen, dass sowas so plötzlich einfach da ist. Und wir haben als Paar in Berlin gewohnt und die Kinder waren drei Jahre vorher in Ingolstadt geblieben mit ihren Familien. Und das war einfach so aus dem Nichts, so eine, wie soll ich sagen, so, ja, das Leben ist abrupt anders. Also aus dem Arbeitsleben raus und dann einfach auch die Angst, ja, was macht das mit ihr, was macht das mit mir? Die Angst, wie geht das überhaupt weiter? Wie strapaziert werden die Methoden, die Maßnahmen, die jetzt kommen? Und also das war schon, es war schon ein Riesenberg, ja. Und was ich, also die Kinder, die waren, meine Tochter war völlig aus dem Häuschen. Also die, die konnte sich da ganz schwer fangen und mein Sohn hat gleich gesagt, Mama, du schaffst das. Also der, der war, der, der ist so mehr so mein Naturell. Und, und ich habe, und ich habe auch immer so gedacht für mich, wenn alles so sagt, Gratwanderung, 50-50. Ja, was, was wollt ihr? Irgendwie wird das schon. Irgendwie, wenn ich auch nicht weiß wie, aber irgendwie wird das schon. Aber, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn der Partner Krebs bekommt, wie wirkt sich denn so eine Krebsdiagnose auf die Partnerschaft aus? Also das, das, das würde ich mittlerweile sagen, ist personenabhängig. Also, und auch, wie stark die Beziehung vorher ist. Ist die wirklich echt stark oder ist sie nur pseudostark? Also, auf eine große Probe gestellt, ne? Absolut, absolut. Das ist, das ist die Probe schlechthin, ja. Ja, kann man nicht anders sagen. Und, und das, das Verrückte war ja, wir waren erst vier Jahre in Berlin. Wir sind eigentlich wegen meiner Arbeit nach Berlin gezogen. Mein Mann ist ja mit und hat da auch gleich eine Arbeit gefunden. Das war, also, es war ja, lief ja eigentlich alles so, so weit ganz gut. Und, und Familie, also, aber wir haben nicht wirklich in Berlin Fuß fassen können, weil die Kinder mit ihren Familien in Ingolstadt geblieben sind. Also, wir sind ständig hin und her gebändelt. Da kamen die ersten Enkel, die wollte man dann auch miterleben. Und, das war alles auch noch so zusätzlich Stress. Und, 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 und so eine Diagnose kriegen ist absoluter Stress. Ja. Also, das, das, da war ich schon wieder ein bisschen ruhig, aber mein Mann war da, der, der war auch am Boden zerstört, kann man nicht anders sagen. Weil die brauchen ja dann auch irgendwo psychologische Hilfe, ne? Ja, ja, und das, das wird ja noch heute nicht richtig beachtet. Ja, eben. Deswegen heute das Interview. Ja. Um da tatsächlich auch mal über die, die Gefühle des Partners zu reden. Ich meine, das ist auch kein leichter Partner, das darf man nicht vergessen. Also, nein. Dann arbeiten zu gehen und zu wissen, deine Frau oder dein Mann ist zu Hause und dem geht's dreckig. Ja, ja, und da muss ich auch sagen, da hatte ich eine Hausärztin in Berlin, die hat ihn sofort krankgeschrieben. Die hat gesehen, wie, wie fertig er ist und hat gesagt, sie gehen nicht mehr arbeiten. Sie kümmern sich um ihre Frau. Sie, ich schreibe sie jetzt krank. Also, die hat das super erfasst. Ja, und auch der Chef, also das kommt ja dann auch auf den Arbeitgeber drauf an, der hat gesagt, nehm dir die Zeit, die du brauchst. Also, der Arbeitsplatz wackelt jetzt nicht oder irgendwie sowas, sondern das steht jetzt an erster Stelle. Also, das ist nicht nur der Partner, sondern auch alles, was da noch dran hängt. Ja, es ist ein Familienleben am Limit und man hört ja auch sehr, sehr häufig dann von Trennungen, was natürlich für den Partner, denke ich, auch nicht leicht ist, sich dann ausgerechnet in so einem schweren Schicksalsschlag von seinem Partner zu trennen. Aber du hast ja auch eine ganz gute Frage in deinem Buch geschrieben. Wie kann es gelingen, eine Atmosphäre der Offenheit zu schaffen, die es allen Beteiligten erleichtert, mit diesen komplexen Gefühlswelt fertig zu werden, welche die Krankheit auslöst? Also, Patentrezepte gibt es da nicht. Und das ist auch wieder personenabhängig. Wichtig ist, dass man reden kann. Das ist so wichtig. Also, für mich war es ganz wichtig, reden zu können. Und meinem Mann war es, glaube ich, manchmal ein bisschen zu viel. Der wollte gar nicht so genau wissen. Also, nicht wie es mir geht, sondern was dann noch alles so kommen könnte und so. Und wenn die Beziehung vorher schon schwierig ist, dann wird sie noch schwieriger. Also, ich weiß nicht, wie man, also ich wüsste jetzt nicht, wie man da einen Schalter noch umlegen kann. Weil das wirklich eine Herausforderung ist, die man entweder zusammen packt oder nicht packt. Und das lief auch bei uns nicht immer einfach. Und da habe ich auch zum ersten Mal festgestellt, was es heißt, Mitgefühl oder Mitleid. Und bei meinem Mann habe ich dann teilweise gesehen, dass er furchtbar mitleidet. Und ich hatte aber keine Kraft mehr, ihn auch noch aufzubauen. Das ist ja der Knackpunkt an der ganzen Sitzstelle. Ja, 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 und dann habe ich gedacht, ja gut, dann, dann... Wen baut man jetzt zuerst auf, den Ehepartner oder den Kranken? Ja, ja, genau. Aber man muss sich daraus Zeit geben. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss sich da Zeit geben und so in kleinen Schritten, er ist dann immer und überall mitgegangen, damit das wirklich aus erster Hand hört und ich ihm das nicht erzählen muss. Es wird dann immer besser. Also wir haben immer mehr gelernt, miteinander mit dem Problem umzugehen. Ja, gerade in einer Beziehung spielt der Fürsorge eine sehr, sehr große Rolle. Und du hast ja schon gerade gesagt, der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Gerade bei einer Krebserkrankung spielt es ja umso mehr eine wichtige Rolle. Aber worauf sollten denn so Angehörige achten? Also ich kenne das so, ich habe ja auch schon mit anderen Menschen gesprochen, die Krebs hatten. Und die dann gesagt haben, die fanden es zum Beispiel ganz schrecklich, dass dann plötzlich die ganze Familie, alle Angehörigen, hat denen dann tausend Links und Bücher und Internetseiten zugeschickt über irgendwelche Krebsdiagnosen und Behandlungsmethoden. Und dass die dann einfach erst mal gesagt haben, so Stopp, ich will jetzt nichts mehr zugeschickt bekommen oder irgendwelche Tipps haben oder also wo hört die Fürsorge dann auf? Das ist einfach too much. Ja, die Fürsorge hört da auf, wenn ich nicht mehr zuhöre, was der Kranke möchte oder was der braucht. Sondern wenn ich von mir ausgehe, je mehr ich denen jetzt Ratschläge gebe, und da muss ich auch sagen, Ratschläge sind auch Schläge und die braucht man in dem Moment nicht. Sondern entweder ich komme selber drauf oder ich kriege irgendwie einen Hinweis, aber ich brauche keine Ratschläge. Das ist wirklich geil. Und wenn man noch überhäuft will mit Links und so, das war ja 2008 alles noch nicht. Von daher war ich dann noch so ein bisschen geschont von dem. Und also zuhören ist eigentlich das Wichtigste. Zuhören und ein Gespür dafür kriegen, was braucht er. Was braucht er in Unterstützung, aber nicht Bemutterung. Also auch da ist es so fördern durch fordern. Also wirklich gucken, was ist noch im Alter machbar und das auch machen lassen. Und nicht alles abnehmen und schon vorauseilend und so. Nee. Nee, weil das nimmt auch wieder so, es nimmt den Alltag und es nimmt so die Wertschätzung. Also nach dem Motto, ich stufe dich ein als wirklich krank, also in Richtung Behindert schon. Ich mache alles für dich. Ja, kriegst du jeden Tag Essen von uns. Ja, ja, das kann ja gut sein, wenn ich selber nicht dazu komme oder selber zu schwach bin. In dem Moment passt das, aber vielleicht drei Wochen später nicht mehr. Ja. Also da auch immer wieder auf dem aktuellen Stand bringen. Deswegen zuhören. Lieber Fragen stellen. Das habe ich auch allen gesagt. Also ich brauche ein offenes Ohr und einfach nur zuhören. Und wenn ihr etwas nicht versteht, Fragen stellen. Und ja, also die meisten waren eigentlich erstaunt, dass ich so offen damit umgehe. Aber das war mir so wichtig. Ich hätte das nicht hinterm Berg erhalten können. Also ich bin mal von einer Lesung in München nach Hause gefahren mit jemandem, die aus Eichstätt kam. Und in Eichstätt hatte ich Wochen vorher eine Lesung und die sagte, sie hätte da nicht hingehen können. Hätte sie sich outen müssen, dass sie Brustkrebs hat und nicht mal ihre Schwiegermutter im Haus weiß ist. Da habe ich mir nur gedacht, boah, was für Energien verbraucht diese Frau, um ihre Krankheit zu verheimlichen, anstatt diese Energie in ihre eigene Gesundung zu stecken. Ja, das ist krass. Also ich hatte tatsächlich bei mir auch einen Familienmitglied, die hatte einen Krebstumor im Gehirn. Und wir haben sie dann im nächsten Morgen, ich sage mal, tot im Bett gefunden, also der Partner. Und Schlaganfall. Aber wie sich dann eben im Nachhinein herausstellt, hatte sie einen Gehirntumor und niemand wusste es in der Familie. Oh, wirklich niemand. Also die Tochter wusste es nicht, selbst der Freund wusste es, wusste niemand. Sie hat auch sogar eine Chemotherapie gemacht und wusste niemand. Das ist dann bitter, das ist tragisch. Aber dafür stellt man sich dann schon die Frage, was ging ihm dieser Frau vor, dass die so etwas so verheimlicht. Also im Nachhinein ist uns natürlich viel aufgefallen. Wir haben dann gemerkt, sie hat sehr viel über den Tod geredet. Aber das fällt ihnen natürlich dann erst so später ein. In dem Moment ist man ja nicht skeptisch. Ich meine, wenn jetzt jemand sich gerade so für Jenseits, Tod, Leben danach interessiert, ja gut, dann geht man jetzt nie davon aus, derjenige ist sterbenskrank. Oder sie hat dann auch immer viel gefragt, so sehe ich anders aus, habe ich mich verändert? Ich dachte immer, nee, warum? Also man schneit es halt in dem Moment einfach nicht. Im Nachhinein war es uns natürlich dann klar, warum sie immer gefragt hat, ob sie sich im Gesicht auch verändert hat. Ja, es ist krass. Es geht halt wirklich, es ist wirklich, wie du schon sagst, eine ganz individuelle Geschichte. Ja, und wenn derjenige sich den Weg so ausgesucht hat, dann ist das auch okay. Nur der bedenkt auch nicht, wie die Angehörigen dann später damit umgehen. Weil das heißt ja auch für die Angehörigen, sie hat es uns nicht zugetraut, mit ihr zusammen das durchzustehen. Das finde ich, ist nämlich auch wichtig. Wenn ich dem Angehörigen etwas zutraue, dann signalisiere ich ihm, ich traue dir auch das Gemeinsame zu. Und wenn ich das für mich behalte, dann traue ich das keinem zu. Und das ist schade, das ist richtig schade, ja. Also weil das auch eine wertvolle Zeit ist. Ja, also ich denke halt einfach auch, dass Krebs auch eine psychische Geschichte ist. Ja. Und das muss man dann einfach loslassen. Daran muss man arbeiten. Und ich glaube, man kann schwer in einem Umfeld wieder gesund werden, wo man krank geworden ist. Genau. Sondern es ist ja, wie du auch schon sagst, es ist ja nicht nur ein eigener Prozess, sondern ein Prozess der gesamten Familie. Ja. Dass nicht nur ich an mir in dem Moment arbeiten muss, sondern eben vielleicht auch mein Partner oder meine Kinder oder die zumindest auch ihren Teil dazu beitragen müssen, dass das irgendwie funktioniert. Und ich glaube, alleine deshalb funktioniert es schon nicht, gesund zu werden mit dem Wissen, also dass das halt niemand weiß in der Familie. Ja, genau. Also das können ja Förderer werden, die meine Gesundheit mit unterstützen. Und vor allen Dingen kann ich ja ganz anders hinter Maßnahmen stehen, wenn die von Anfang an mit eingeweiht sind. Und wie komme ich dann zur Chemotherapie, wenn ich gar nicht mehr fahren kann? Wie mache ich das? Was für eine Energie vergeude ich da, mir ein Taxi zu besorgen oder Nachbarn oder was zu organisieren und auch denen nicht zu sagen, warum ich da hin muss. Was weiß ich, noch einen Kilometer zu laufen, damit man ja nicht entdeckt, wo ich hin muss. Ja, ja. Das ist unglaublich, was ein Rattenschwanz dann da noch dran hängt. Und das ist offen und ehrlich damit umgehen, ist also ganz wichtig, ja. Und wenn ich so überlege, was hat das so mit mir gemacht? Es war einfach auch nach dem Ganzen. Also wir sind dann 2009 wieder nach Ingolstadt zurückgezogen, weil ich einfach gewusst habe, ich komme da nicht mehr ins Arbeiten in Berlin. Ich hatte auch vorher gekündigt. Da wusste ich nur gar nicht, dass ich gegangen bin. Achso, krass. Da hatte ich gekündigt, weil du hast ja vorhin gesagt Stress. Stress ist so eine... Und das kann ich auch nur bestätigen. Also ich hatte Stress in der Arbeit, also von Ingolstadt nach Berlin in Frauenverband, eine Geschäftsführung. Also ich habe da 60, 70 Wochenstunden gearbeitet. Hochstress, unter Hochstress. Dann einfach auch die Tatsache, mein Mann hat sich in Berlin dann doch nicht so wohl gefühlt, aber dann da bleiben wegen meiner Arbeit. Und die Kinder mit ihren kleinen Kindern wollten natürlich dann auch Oma und Opa sehen. Also in Berlin nicht richtig wutzeln können, immer wieder hin und her zwitschen. Das macht auch was mit einem. Und ich habe da schon gemerkt, also ich war echt nicht nur körperlich, sondern seelisch am Limit. Und wie da rauskommen, wie aus dem Ganzen rauskommen. Und kurz vorher habe ich dann gesagt, so und jetzt ist Schluss. Mitte Februar zum Ende März kündige ich. Und eine Freundin hat dann noch angerufen und hat gesagt, du, das ist Mobbing, was mit dir gemacht wird. Mach es nicht, ich gehe in die Krankheit. Nein, in die Krankheit auf keinen Fall. Es ist ein Cut und ganz neu starten. Und wo ich dann die Kündigung abgegeben habe, ich habe mich gleichzeitig krankschreiben lassen. 14 Tage später habe ich gedacht, ich gehe nicht mehr zurück in die Arbeit, das ist auf keinen Fall. Ich bin dann nochmal zur Hausärztin und habe gesagt, also 14 Tage zu Hause, mir geht es schnell. Ich lächter denn je, mir zittern die Knie vor lauter Schwäche und ich mache gar nichts mehr. Und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und dann hat die gesagt, ja, was waren die letzten Infekte? Ja, Anfang November hatte ich einen Magen und Darm-Katar, also praktisch von den Enkeln aufgeschnappt. Und hatte bis Januar 13 Kilo abgenommen. Also das war schon irgendwie verdächtig. Dann hatte ich zwischen Weihnachten und Neujahr eine massive Bronchitis, die also wirklich... Und dann hat sie gesagt, Röntgen, Lunge und Stuhlproben abgeben und sofort gehst du morgen zum Röntgen. Ja, und dann ist das ja alles aufgetaucht. Und ich wäre gar nicht anders rausgekommen aus diesem Stress. Also der Krebs ist nicht nur negativ. Ja, aber da hat ja, wollte ich gerade sagen, da hat ja das Leben dir schon den Weg gezeigt. Und ich sage mal, Stress ist ja die eine Geschichte. Das ist vielleicht noch nicht mehr so das Übel. Also das, ne, aber auf was du durch den Stress verzichtest, dadurch, dass du eben eine 60-70-Stunden-Woche hast, was dir vom Leben auch entgeht, was dir an Bedürfnissen entgeht, das ist eigentlich noch das viel, viel Schlimmere daran. Ja. Und ja, der Mensch lernt ja nur aus Schmerz. Und du hast ja schon gesagt, dir ging es dreckig, aber du hast halt nichts geändert. Nee. Und dann kam die Krebsdiagnose und dann hat sich alles geändert. Ja, radikal, ja. Radikal. Ja. Auf einem sehr, sehr schmerzhaften Weg. Ja, und das sehr lange. Und ich habe dann auch gedacht, also, ich war dann sogar froh, dass ich solche Schmerzen hatte und dass es mir so schlecht ging, dass ich überhaupt nicht an Arbeit zu denken war. Das war wirklich überhaupt nicht dran zu denken. Und ich habe dann gedacht, ja, du hast jetzt einfach Zeit, anders zu gucken. Also, und das fand ich nicht negativ, nee. Und trotzdem schauen, welche Maßnahmen sind möglich, die dich einfach wieder auf die Füße bringen. Dass das nicht nur schulmedizinisch, sondern auch mit allen anderen Methoden, die es so gibt und die für mich stimmig waren. Ja. Ja, du hast ja Chemotherapie gemacht, aber bist dann tatsächlich auch einen alternativen Weg gegangen. Darüber spreche ich mal im nächsten Interview. Das hat man ja schon gesagt, dass Fürsorge kann ja nun sehr schnell unangenehm werden. Es gibt aber auch Menschen, die sich ihrem Partner, der Krebs hat, ja dann völlig aufopfern. Inwieweit schaden sich Angehörige damit selber? Ich glaube, dass derjenige, der sich aufopfert, das erst mal gar nicht merkt, dass er sich aufopfert. Sondern unbewusst kann ja auch so eine Art Kitt dadurch erfolgen. Also, dass derjenige glaubt, damit kriege ich vielleicht ein altes Gefühl wieder hin oder eine alte Beziehung wieder hin. Und dann merkt man das gar nicht, kann ich mir vorstellen. Und wenn sie aber dann anfängt, an die eigene Substanz zu gehen, dass man selber nicht mehr schlafen kann oder auch gestresst und genervt ist. Es kommt ja dann auch auf den Kranken drauf an, wie er das ausnutzt. Ob er das, wie er diese Hingabe in Anführungszeichen ausnutzt, auskostet und sagt, jetzt kriege ich endlich mal die Zuwendung, die ich brauche. Aber das ist ja nicht offen und ehrlich. Das ist vorher nicht offen und ehrlich gelaufen und läuft dann auch nicht offen und ehrlich. Und das kann nicht gut enden. Aber sich dessen bewusst werden, das ist das Schwierige. Und mir war auch so wichtig, als wir dann wieder in Ingolstadt waren, mir psycho-onkologische Hilfe zu holen. Also wirklich Hilfe zu holen, weil ich einfach gesehen habe, ich komme da alleine nicht raus. Und da habe ich dann einen Arzt gefunden, auch relativ schnell. Also das war wirklich super. Das war ein Allgemeinmediziner, Chirurg und hatte Psychotherapie draufgesetzt und noch Buddhist. Also da hatte ich so viele Varianten, die mich so schnell weitergebracht haben. Das war unglaublich. Also dann wirklich ein Glücksfall. Ja, ja, ja. Das Glück haben wirklich, glaube ich, nicht viele. Aber der hat immer so Beispiele gebracht, die habe ich dann auch mir nach Hause gebracht, habe sich meinem Mann erzählt. Also das war richtig gut, ja. Welche Anstrengung und Flexibilität erfordert denn das füreinander bei der Gratwanderung zwischen Überbehütung und Überforderung des Krebspatienten? Also Flexibilität in dem Sinn, dass man immer beobachtet und nicht gleich einschreitet. Beobachtet, was braucht der andere? Also von beiden Seiten beobachtet, Offenheit, Ehrlichkeit, Gefühle zeigen können. Ja, das ist so das Wichtigste. Und dann auch Geduld haben, gelassen bleiben. Und denken, Schritt für Schritt. Also es geht nicht. Ein Ziel sehen am Ende des Wegs und denken, das ist egal, wann ich da hinkomme, aber ich komme irgendwann dahin. Und dann so Schritt für Schritt und immer den anderen mitnehmen. Versuchen mitzunehmen. Wenn er aber nie will, einen Schritt nicht mit will, dann muss man sehen, dass man alleine macht. Aber sich auch nicht zurückstecken. Also sich selber nicht zurückstecken. Sondern denken, ja okay, der andere braucht halt mehr Zeit und nichts überstürpen. Das ist wie mit den Ratschlägen. Also ein gutes Beispiel kann ich dann noch bringen, nach der OP, R0 Resektion, das heißt, es ist im Guten operiert worden. Und man braucht eigentlich keine Chemotherapie und keine Bestrahlung. Eigentlich. Aber Ärzte wollen das, 150 Prozent Sicherheit. Und da war ich schon mal völlig entsetzt. Es ist alles gut gelaufen. Warum jetzt das noch? Und der Onkologe sagte dann, ja, wir wollen ja nicht, dass nochmal was wiederkommt. Warum soll da jetzt was wiederkommen? Ich habe sowieso schon verstanden, dass mir das Ganze was sagen will. Also da werde ich mich noch mehr darum kümmern. Aber warum jetzt Chemo und Bestrahlung nochmal? Ja, das muss sein. Dann habe ich gesagt, also mit den beiden Mitteln, auf keinen Fall. Dieses Epirubenzin kommt nicht mehr in mich rein. Das andere von mir aus noch, wenn ich so überlege. Und von mir aus auch noch Bestrahlung gleichzeitig anfangen. Aber dieses rote Zeug kommt nicht mehr in mich rein. Und dann sagt mein Mann, das ist ja wie beim Marathonläufer. Der war 41 Kilometer aufhört zu laufen. Mach es. Bitte, bitte mach es. Und er sagt, nee. Ich weiß, wenn ich beide Sachen in mich reinlasse, dann sitze ich hier nicht mehr lange. Das konnte ich ja nicht verstehen. Der konnte das nicht verstehen. Dass ich so kurz vor knapp eine Chance da auslasse. Er sagt, das ist keine Chance. Das ist, mein Gefühl sagt, das ist keine Chance. Ja, man muss ja auch sein Gefühl hören. Ja, und das ist wichtig. Man darf sich vom Gefühl her nicht kappen lassen. Und ich weiß noch, dass meine Schwester, die mich auch immer sehr unterstützt hat, gesagt hat, bleib dir treu, bleib dir treu. Sag ja, das bleibe ich auch, ganz egal, was daraus entsteht. Und das hat mein Mann aber ziemlich schnell eingesehen, dass das gut so war, dass ich nicht zwei mehr will, sondern nur eins. Und heute würde ich sagen, nichts mehr. Gar nichts mehr. Du hast deine Meinung geändert. Ja. Ja, ich finde es sowieso schwer. Also ich bin jetzt, sage ich mal ganz offen und ehrlich, jetzt auch kein Freund von Chemotherapie. Ich sage aber auch immer, ich hatte in meinem Leben noch nie Krebs. Also wenn man dann in der Situation ist, denke ich, ist das auch nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und dann ist man eben nicht nur den Druck der Ärzte ausgesetzt, sondern vielleicht, in meinem Fall wäre es Gott sei Dank nicht so, aber auch vielleicht bei vielen den Druck der Familie. Ja. Der eigenen Kinder. Der Partnerschaft. Ja. Der ist enorm. Ja, und dann überhaupt erst mal mit der Diagnose klar zu kommen. Und dann noch diesen enormen Druckstand zu halten, sich eben anders zu entscheiden. Da kann ich schon verstehen, warum Menschen dann auch irgendwie einknicken und sagen, okay, ich mache jetzt eine Chemo. Ja, da spielt das Umfeld schon eine große Rolle. Ja. Ja. Und man will ja auch alles richtig machen. Ja, ja, und keine Chance verpassen. Ja, und keine Chance verpassen. Ja, aber da muss man herausfinden, ist das wirklich eine Chance? Ja, aber in dem Moment noch auf seinen Bauch gefühlt. Also ich denke jetzt, ich bin jetzt auch kein, also ich halte trotzdem die Schulmedizin für wichtig. Ja. Gerade die Unfallchirurgie. Oder eben die Erste-Hilfe-Medizin. Also trotzdem ist es ja, hat es ja einen wichtigen, wichtigen Part im Leben. Ja. Ja, aber ja, Chemo ist halt echt so, auch Operation, muss man sich halt echt überlegen. Ja, aber das war Gott sei Dank bei mir so eindeutig, dass das, also. Vielleicht war es auch wirklich schon zu groß. Ja, ja, also der war zu groß zum Operieren am Anfang. Nee, auch um da selber was zu machen. Ja, nee, das hätte nicht funktioniert. Obwohl ich gedacht habe, ich habe bei den Chemo immer mitbekommen, was es heißt, eine Lungen-OP zu haben. Und, und, und dann habe ich immer gesagt, eine OP kommt nur für mich in Frage, wenn man mir das logisch erklären kann, dass es Sinn macht. Und solange es für mich keinen Sinn macht, also mit wirklich, mit, mit, auch mit dem Gefühl dabei sein und dahinterstehen können, hätte ich mich nicht operieren lassen. Das, das war für meinen Mann auch schrecklich zu hören. Aber das hilft nichts, weil ich weiß, das überlebe ich nicht. Und was, was willst du dann? Und, und so habe ich mich dann auch auf die Suche nach Alternativen, schon nach Alternativen gemacht. Alternativen gemacht. Und da war die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr, also die ist mir da so richtig ans Herz gewachsen, weil die mich unterstützt hat. Und da zu gucken und, und Kliniken zu finden, wenn es denn nicht klappt, dass, dass man da noch versucht. Ja, und wenn, dann muss ich auch sagen, ist die Schulmedizin ja erstmal wichtig, um überhaupt eine Diagnose zu haben. Ja. Ja, weil dann kann ich auch überhaupt erst ganzheitlich oder alternativ irgendwas machen. Genau. Ohne Diagnose ist es halt immer schwer, da irgendwas zu bewegen. Ja, das ist wichtig, ja. Wie können wir denn dabei Grenzen erkennen und das Ganze tolerieren für den, für den Partner? Ja, das, das... Oder auch für die Kinder, für die ist das bestimmt auch... Ja, also der Erkrankte sollte immer wieder in sich reinhören und schauen, was macht das mit mir. Also wenn mich die Familienmitglieder unter Druck setzen, dann kriege ich ja irgendwie so ein Gefühl, entweder ich gebe da nach und fühle mich nicht wertgeschätzt oder ich gehe in die Opposition und habe dann auch so das Gefühl, ich bin jetzt das schwarze Schaf in der Familie. Also das ist beides nicht gut, ne, also... Ja. Ja, da versuchen, zu einem Ausgleich zu kommen. Oder dann wirklich ganz raus. Also das wäre dann für mich die Konsequenz gewesen, wenn ich keine Zustimmung bekommen hätte. Ja. Dann hätte ich gesagt, dann halte ich das hier nicht aus, dann bin ich weg. Also so radikal wäre ich jetzt, ne. Also, ja, weil das bringt nichts. Und ich denke, also was, was ich, ich habe ja jetzt wirklich mit dem Buchprojekt fast 200 Mitautoren und habe von denen auch so die Geschichte mitbekommen und denen ging es fast ähnlich. Und alle waren für sich sicher, dass sie den Weg, den sie so in ihrer Vorstellung hatten, dass sie den gehen und sich dann nicht von abbringen lassen, sei es weder durch Familie noch durch Freunde, sondern wirklich zu gucken, aber Schulmedizin und Komplementärmedizin zusammen zu schauen, was kann das für mich bewegen. Ja. Und wenn man da einknickt, ist man weg. Dann, 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 dann ist man, ja, dann macht die Krankheit mit einem, was sie will. Also das ist, entweder ich, bleib da stark. Ja, man muss, denke ich, auch beide Seiten tolerieren. Also ich sehe es auch oft, dass gerade die, die jetzt ganzheitlich oder alternativ denken, dass dann oft schwerfällt, Familie, Angehörigen zu akzeptieren, die sich eben für eine Chemotherapie auch entscheiden. Jetzt ist ja auch gerade dieses Thema Impfung ist genau sowas. Ich denke, wir haben alle Leute in der Familie, die sich impfen lassen. Ja, aber sich dadurch spalten lassen, ist halt auch nicht der richtige Weg. Also den ganzen aus dem Weg zu gehen. Natürlich kann man sein Statement dazu abgeben und sagen, du, pass auf, ich finde es scheiße, weil deshalb, deshalb, deshalb. Und dann muss man es, glaube ich, auch einfach ruhen lassen. Ja, stehen lassen. Einfach, dass man seinen Standpunkt klar macht, bis zu einem gewissen Grad. Aber die Entscheidung liegt halt bei jedem selbst. Und auch das muss man akzeptieren, auch für die, die jetzt, sage ich mal, sehr ganzheitlich oder alternativ leben. Ja, mit allen Konsequenzen. Das ist es, ja. Ja, das sehe ich genauso, ja. Und die Konsequenzen, die kann man sich nicht immer so vorstellen, aber die können dann schon auch bitter sein. Ja, na klar. Wie warst du denn beim zweiten Mal? Warst du einfacher? Nee. Also man denkt ja, da warst du schon so, jetzt kommt das und das. Ja, das habe ich auch gedacht, ja. Also ich hatte die drei Bücher dann Ende 2019 fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, das läuft jetzt alles. Jetzt kannst du von dem Thema Krebs so ein bisschen Abstand nehmen. Und ich habe noch so ein paar andere Projekte und mit denen mal starten und so. Also das war Ende des 2019. Anfang 2020 fing die rechte Wade an zu krampfen. Und dann habe ich gedacht, okay, Magnesiummangel, Magnesium. Ich muss seit 2008 immer zur Lymphdrainage, weil durch dieses Narbengewebe keine Lymphe mehr durchgeht. Habe das der Physiotherapeutin gesagt. Und die sagte dann, ja, machen wir Dehnübungen, Dehnübungen gemacht. Das tut nicht besser, das wird immer schlimmer. Dann bin ich zum Hausarzt. Der sagt, na ja, das ist ein Lymphstau. Frau Schön, Sie müssen Geduld haben. Ja, okay. Dann zum Physiotherapeuten wieder. Und der sagt, nee, das Bein sieht ihm nicht koscher aus. Das, da ist irgendwas. Und das kann doch eine Thrombose sein. Und dann hat er den Hausarzt angerufen. Der hat gesagt, okay, sofort zur Notaufnahme ins Klinikum. Zur Notaufnahme. Und die sagten, Ultraschallgerät ist im Besatz. Geht nicht. Wir können keinen Ultraschall. Nehmen wir Blut ab. Blut ab. Ja, ist zwar eine leichte Entzündung, aber nicht ausschlaggebend für Thrombose. Gehen Sie mal nach Hause. Lymphchauer und Lymphdrainage. Okay, drei Wochen Lymphdrainage. Das Bein wird dicker. Er spannte immer mehr. Wieder zum Hausarzt. Frau Schön, Sie müssen Geduld haben. Das sind erst drei Wochen. Na ja, jetzt haben wir Ende März. Und da gehe ich jetzt ein ganzes, also seit Anfang Jahres. Und dann sagt er, nee, da machen wir jetzt nichts. Und irgendwie wieder zur Lymphdrainage. Und dann war da ein neuer Physiotherapeut. Und der hat dann das ganze Neurologische untersucht. Und der sagte, nee, das ist nichts Orthopädisches. Das ist was Neurologisches. Gehen Sie mal zum Neurologen. Zum Neurologen. Und der sagte, oh, es kann eine Thrombose sein. Es kann ein Abszess sein. Es kann ein Sarcom sein. Aber Sarcom haben nur Kinder und Jugendliche. Dafür sind sie zu alt. Aber gehen Sie in die Notaufnahme. Der hat sofort Heparin gespritzt, weil er Thromboseangst hatte. Und sagt, da kommen Sie morgen um acht Uhr wieder. Wieder Heparin spritzen. Und dann schaue ich, was ich bis dahin an Therapien überlegt habe. Am nächsten Morgen hat er gesagt, um 13.15 Uhr MRT. Hat er organisiert, wo man sonst Monate drauf warten muss. Und dann zum MRT. Und dann hat er schon gesagt, nehmen Sie ein Köfferchen mit, wenn es was lebensbedrohliches ist, wie Thrombose oder Abszess. Sofort ins Klinikum. Köfferchen, nichts gegessen. Dahin, was war es? Sarcom. Ja, auf jeden Fall wieder zum Neurologen. Und der hat dann gesagt, ja, ich wüsste da jemanden, der wirklich Spezialist ist auf dem Gebiet in Regensburg. Mit dem hat er schon öfters zusammengearbeitet, als der noch im Klinikum in Ingolstadt war. Also da soll ich mal hingehen. Und dann Internet recherchiert. Und da war das wirklich einer der Spezialisten. Und bin dann zu dem hin. Und der hat das dann auch alles so kontrolliert. Und er sagt, ja, okay, das sieht wirklich nach Sarcom aus. Das ist nicht nur MRT-mäßig. Aber er macht eine offene Biopsie. Die wurde dann auch gemacht. Und dann war es ganz klar, dass es ein Nervenscheidentumor war. Also praktisch aus einer Nervenzelle, aus einer Ummantelung einer Nervenzelle, äh, der Nervenbahn. Und, ja, drei, vierzehn Tage abwarten zum Diagnosegespräch. Und jetzt, jetzt kam etwas, wo ich gedacht habe, jetzt hast du drei Bücher geschrieben. Also ich habe sie nicht geschrieben, herausgegeben. Das Thema Kommunikation war dir so wichtig. Warum kriegst du jetzt dieses Diagnosegespräch? Also ich saß da mit dem Oberarzt. Der hatte angefangen, mir zu erklären, der Tumor sitzt an einer schwierigen Stelle, ist groß in der Wade. Und dann habe ich gesagt, mit meinen guten Erfahrungen von Berlin, mit Bestrahlung, kann man nicht vorher bestrahlen, damit der Tumor kleiner wird. und man sieht, wo er wirklich dann angewachsen ist oder wie auch immer. Nee, sagt er, ist nicht so gut, 40 Prozent schlechtere Wundheilung. Okay, in dem Moment kam der Professor rein und sagte, Frau Schön, was können wir denn heute für Sie tun? Oh, habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich bin nicht der Fachmann, das werden Sie mir gleich sagen. Amputation. Äh, äh, ich habe dann nur gedacht, mein Mann konnte nicht mit Corona, da hatten wir schon Corona, alles alleine. Und dann habe ich mir gedacht, mein Bein kriegen Sie nicht. Na, also ich habe schon gemerkt, ich spreche gar nicht mehr selber, das war irgendwas, was mir was. Ich habe nur gesagt, mein Bein kriegen Sie nicht. Was wollen Sie denn noch mit dem Bein? Und er hat gesagt, äh, äh, geht's noch? Na, also, ich will noch laufen, ich will noch tanzen, ich will noch zum sozialen Projekt nach Afrika. Ach so, hat er dann gemeint, da muss uns ja was einfallen. Ja, ich bitte darum. Und dann, dann hat er gesagt, ja, dann besprechen Sie alles weitere mit dem Oberarzt. Äh, aber das eine sage ich Ihnen, Sie müssen trotzdem unterschreiben, dass wir amputieren. Er sagt, bevor ich hier nichts weiß, unterschreibe ich gar nichts. Ja, um Gottes Willen. Dann liegst du in Narkose und dann machen die da sonst was. Genau, ja. Und dann hat aber, dann ist er weg und der Oberarzt hat mir das dann genau erklärt. Also, der lag genau zwischen den Hauptvenen. Man konnte nicht sehen, ist er, ist er drumrum gewachsen, ist er durchgewachsen, am Wadenbein, ist er da reingewachsen oder nicht. Man, man, man konnte das einfach nicht sehen. Und, und dann, äh, dann hat er aber gesagt, er hat schon Ultraschall, äh, besorgt, also, dass ich drei Tage später zum Ultraschall, der Gefäße gehen kann. Und da war eine taffe Ärztin, die hat dann ganz viele Fotos gemacht und hat, hat da schon gesehen, dass die Hauptvenen nicht infiltriert sind. Und, ähm, da habe ich gedacht, oh, ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Und, und, äh, und dann hat die gesagt, also, der Oberarzt würde auch einen Gefäßchirurgen dazu nehmen. Und er hat gesagt, okay, das ist für meine Logik auch wichtig, weil der schaut kleiner drauf, nicht so wie der chirurgische, orthopädisch-chirurgische Arzt, ja, so im Großen das Ganze. Und, äh, ja, und dann habe ich gesagt, okay, okay, wenn das dann so läuft, dann, äh, finde ich das da schon mal positiv. Und, ähm, und was ich dann noch gemacht habe, eben im dritten Buch, wo wir ja dann auch noch drauf zu sprechen können, war mir sehr wichtig, die spirituelle Variante. Dass ich einfach gucke, wo kriege ich noch Kraft her? Also nicht, nicht nur dieses methodische, äh, medizinische Maßnahmen, sondern wo, wo kriege ich, weil Körper, Geist und Seele einfach so zusammenarbeiten, wo kriege ich da noch Kraft her? Und von meiner Erziehung her bin ich sehr, sehr, äh, gläubig aufgezogen worden. Und, und, und meine Mutter hat, 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 hat in ihrem Leben auch viel, 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 einfach mit Gottvertrauen hingekriegt. Und das hat mir auch schon ziemlich viel durch, durchs Leben geholfen. Und, und deshalb bin ich zu unserem Heimatpfarrer hin, zum, zum Gemeindepfarrer und, äh, hab ihn gebeten, mir die Krankensalbung zu geben. Also, das kennen nicht viele, das ist, das ist so ein Heilungsritual in der katholischen Kirche, äh, weil, weil Jesus gesagt hat, äh, die, die Schwerkranken, äh, die, die, die können sich Kraft holen, äh, und das Ritual ist, dass man mit geweihtem Olivenöl praktisch so eine Zeremonie, äh, und mit Gebeten und Liedern und, 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 und heiliger Kommunion und so. Also, das ist ein ganzes Ritual, ein ganzes Fett. Und da war ich dann und hab dann gemerkt, und das ist, das ist ein jüngerer Pfarrer, der, der einfach auch, ähm, ähm, so den Alltag, ähm, also nicht so abgehoben, sondern wirklich den Alltag, äh, näher bringt. Und, 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 und der hat dann so meine Geschichte mit der Geschichte vom Heiligen Antonius, das ist der, der Patron der, der Kirche, und, und, äh, so verknüpft und, ähm, und am Ende des Ganzen hat er dann zu mir gesagt, ähm, äh, äh, Frau Schön, wenn Sie am Mittwoch um sieben Uhr auf dem, äh, OP-Tisch liegen, dann werde ich meinen Gottesdienst halten, weil die, die Pfarrer müssen einmal an den Tag Messe halten, weil Schuldienst war ja nicht möglich, coronamäßig, und dann werde ich besonders für Sie beten, und glauben Sie mir, wenn Sie auf dem OP-Tisch liegen, steht Jesus neben Ihnen und zeigt den Ärzten, wie sie weinerhaltend operieren können. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt habe ich alles. Und mein Mann hat mich dann abgeholt und hat gesagt, wo kommst du denn her? Er sagt, ich komme von der Krankensalbung mit Parablaher. Und, und dann, dann, dann bin ich so, so zuversichtlich in die OP reingegangen, also, da, da hat mich einfach nichts mehr schüttern können, dass, egal was kommt, wie es kommt, wie es ausgeht, äh, ist okay. Ja, das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man da mit einem positiven Gefühl reingeht. Genau, das, da, also, also, da kann ich auch nur jedem Patienten, äh, und auch Familienangehörigen, zu gucken, wo kann ich Kraft herkriegen, ne? Ja, und das, das ist nicht nur, in der katholischen Kirche gibt es Heilungsrituale, das gibt es in, 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 in allen Religionen. Und, 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 wo kann ich mich spirituell stärken? Hm. Hast du denn noch Anregungen für die Zuschauer, was tut mir als Angehöriger gut und was bereichert den Kranken? Vielleicht einfach noch zum Abschied, wir sind eben schon zum Schluss gekommen, ja? Ähm, ja, dass, das, also, die gemeinsamen Ziele finden, gemeinsame Unternehmungen machen, die, die auch gar nichts mit der Krankheit zu tun haben, einfach dieses Gemeinsame fördern. Es ist egal. Gemeinsamkeit stärken. Gemeinsamkeit stärken, ja. Wirklich zu schauen von beiden Seiten, was, was macht uns beiden? Spaß. Mhm. Was es nicht muss, sondern was, was kann Spaß machen. Ja. Das, das ist wichtig. Gemeinsam Zeit verbringen, ja? Und dann, dann wird man selber bereichert. Also beide Seiten bereichern sich gegenseitig, ja? Mhm. Das ist, und wenn man da durchgekommen ist, kommt man durch vieles andere durch. Ja. Dankeschön. Lieben Dank, Christel, für deine Erfahrung. Und, ähm, ja, wie schon gesagt, wir werden noch ein zweites Interview führen. Da geht es dann um die ganzheitliche Medizin. Und, ja, Dankeschön und dir alles Gute. Danke. Wie war's? Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Ich danke dir sehr fürs Zusehen. Möchtest du noch mehr erfahren über Gesundheit? Schau dir sehr gern unsere Seite an www.weltdergesundheit.tv. Dort findest du jetzt ganz neu auch Artikel und Beiträge über Gesundheit und Wellness, um Wohlbefinden, ein erfülltes Leben, seelische Gesundheit, Naturheilkunde, Fortschritt in der Medizin oder alternative Heilmethoden und natürlich noch vieles mehr. Abonniere unseren Newsletter, in dem du einmal im Monat tolle Beiträge und Informationen enthältst. Gesundheit und ein erfülltes Leben sind kein Zufall. Du kannst so viel Gutes tun. Unser Team hilft dir dabei mit erprobten Rezepten, anregenden Interviews, einer Fülle von Themen zu Gesundheit, Lifestyle, Astrologie, Spiritualität, Kräuterheilkunde und noch vieles mehr. Stöbere doch gleich mal in unseren aktuellen Themen und packe, was immer dir bei deiner Lebensreise hilft, gleich mit in deinen Koffer. Hat dir das Interview gefallen? Hinterlasse mir sehr gern einen Daumen nach oben. Sei so lieb, abonniere auch meinen Kanal. Über deine Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir ganz viel Erfolg in deiner Gesundheit. Bis zum nächsten Interview, immer donnerstags, immer pünktlich, hier um 16 Uhr auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.